Ich lass mich nicht fressen! NEIN! 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 Mein Speersterbe! TOT! So, hast du davon. Da war sie. Dass die Leute auch immer so auf die derbe Art und Weise sterben. Hier ist auch ein schöner Blick so, ne, auf die Landschaft und so. Ist wirklich ganz lustig, muss ich auch mal so sagen. Weiter geht's hier. Wir sind ja nicht hier und die ganze Landschaft zu begutachten. Wir sind ja auch hier. Uns hier ein bisschen umzusehen. Auch hier kommen wir nicht durch. Sie seht ihr ja. Entsprechend bleibt uns nur diese Tür. Hier kommen wir noch weiter. Die Frage ist, was wird uns dieser Raum bieten? Er bietet uns eine Vase, wo nix drin ist. Und er bietet uns diesen nächsten Raum. Aufgepasst, rechts steht jemand. Der wartet schon auf euch. Hallo, guten Tag. Uh! Man, du bist ja echt hinterhältig. Muss man einfach mal sagen, ne? Hm. Okay. Frag mich, ob ich dich irgendwie... Der lässt mir aber auch nicht viel chancen, ne? So. So. Dementsprechend hau ich dir einfach mal eine von hinten rein. Das hast du dir auch einfach mal so verdient, mein Freund. Okay. 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 Das ist ein sehr, 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 sehr epischer Bursche hier, wenn man das so sagen darf. Wow! Muss er... Haufe ich immer aus meiner Distanz raus. Nö. Hör mal auf damit jetzt. So. Tot. Äh. Ich hab kein Leben mehr. Und jetzt ist er tot. Ja. Ich hab ihn getötet. Da bin ich echt mächtig jetzt. Okay. Und der nächste Kollege steht hier drüben. Also wie ihr seht, viele Gleichritter. Das sind die ganzen Ritter hier aus Arno Londo, könnte man sagen. Und zu Glück haben wir eine so gute Panzerung. Sag ich mal. Oh Mann, jetzt lass den mal von hinten ausschließen. Und dieser Platz hier ist, äh, sehr, sehr beliebt für seine offenen PvP-Plätze. Also, äh, dieser, äh, kann man hier sehr gut PvP-Kampf machen an diesem Ort. Also sehr, sehr, sehr praktisch. Wenn man richtig guten PvP-Kampf machen will, auch wirklich fair, der sollte sich wirklich mal hier versuchen hier zu kämpfen. Also ich finde, das ist ein perfekter Ort zum PvP-Machen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Stelle dafür. Muss ich einfach mal sagen. Und er hat nen Bogen. Das ist ja toll. Die mit ihren scheiß Drachentöterbogen hier, ne? Wie die Dinger heißen. Das ist ja furchtbar. Nein! Ich hab nen der Pfeil mit drin. Okay, er denkt sich, ich muss kämpfen. Äh, dass er einfach auch weiter mit seinem Bogen gekämpft hat, ne? Das ist, das ist komisch. Ist das? So. Äh. Tot. Und dann, ich glaub, wir nochmal machen so... Komisch ist das? Äh. Tot. So, das wär das. Das ist so überflüssig, aber ich muss die einfach alle mal töten. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Der große Weg hier führt uns zu unserem Ziel. Und der Weg hier... Der führt uns woanders hinein. Was? Ich hör immer Geräusche. Ich glaub, das sind meine eigenen Füße. Ja, aber das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Hier steht, glaub ich, noch ein Heini. Hallo? Was sollst du denn jetzt schon wieder, du blöde Hasi? Was willst du? Oh, das ist aber toll. Hast du denn jetzt eine Idee, oder was? Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Was willst du mit Körpern? Okay, du gehst mir auf den Senkel. Okay, wir machen was anderes. Guten Tag. Liebe Ritter. Wow! Okay. Hä? Das war für jetzt Angst. Wieso klopft du mich so derbe? Wieso seid ihr überhaupt so viele hier? Das ist gerade das, was mir am meisten Angst macht. Wieso sind hier so viele von euch? Okay? Hier, klopft dich mit den anderen Kerl hier. Ich hab hier nix... Ich hab hier nix getan, ne? Also nur, dass ihr das wisst. Oh Gott. Ähm... Wieso sind da so viele? Ich sag ja, das ist optional, dass man hier lang geht. Und das passiert dann nämlich, wenn man optionale Sachen macht. Man wird einfach nur derbe verkloppt. So. Ich schick euch mal nach oben hier. Was hättet ihr davon? Das ist schon mal ein guter Anfang, ne? Wir gehen nach oben hier zum Kämpfen. Und dann machen wir es hier wie echte Männer. Und denken uns, ne... Wir kämpfen jetzt hier richtig. Okay. Das war nicht nett. Nochmal. Nein! Unbesiegbarkeits-Molo! Sicherlich getötet werden! Wieso geht's dir jetzt, du Assi? Na, willst du mich schlagen, oder was? Willst du mich schlagen? Das doch nicht! Pfff! Du bist dein nächster Opfer! Bäh! Hahaha! Du stehst ja wieder auf. Stirb! So. Hast du davon. Okay. Das wär's mit den beiden Kollegen gewesen. Aber wie gesagt, gibt's nur ein bisschen Zeit, ein bisschen Platz. Und ich mach's nicht für euch fertig. Gar kein Ding. Und ich find's witzig, wie der liebe Katharina-Type nicht gekämpft hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Siegmeyer. Genau, Siegmeyer war sein Name. Na gut. Aber ich weiß nicht, was du mit Körpern willst. Wieso will der Körper? Wieso will der so derbe Körper kommen? Okay. Du bist der letzte von denen. Okay. Du machst aber derbe Schaden. Das find ich nicht gut. Dann würde ich den Rammer machen. Dann würde ich den Rammer machen. Dann halt auf mit den Rammer jetzt. Ich spieße sie von hinten auf. Ja. Hörst du auf. Hörst du auf. Ich find das nicht witzig. Ja. Auf. So. Assi. Ich steh wieder auf, weil ich so ein cooler Typ bin. Ja, ich mehr. So. Heiliger Heilo. Und so wird das auch gemacht. Und so steht der. Du musst weiterkämpfen. Bist du auch noch ne dumme Truhe? Ne, du bist echt. Gut, das ist ja mal ein schönes Zeichen. Dämonen zieht er nie zweimal. Das war es aber auch wirklich wert für das, was wir dafür tun mussten. Na gut. Hm. Wir brauchen drei bis fünf Körper. Was meint der damit? Auf jeden Fall haben wir jetzt ne Tür aufgemacht. Jetzt sind wir wieder im mittleren Stockwerk. Bzw. Ja doch. Doch, doch. Hallo. Doch, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir eben, äh, ihr wisst schon, wo wir eben die Tür nicht aufmachen konnten. Aber jetzt können wir die Tür ja aufmachen. Und dementsprechend haben wir jetzt den Kreis geschlossen. Und so sieht man ja, denkt sich nur. Hm. Oho! Was ist auf deinem Geist, Freund? Warte! Du hast diese Monster verletzt? Fantastisch! Ich bin verrückt! Juhu! Wir kriegen den Winstwesen Ring. Juhu! Wir kriegen den Winstwesen Ring. Nächste Mal, gib mir einen Chance, um einen Plan zu kommen. Ja, von mir aus. Du machst das schon. Aber wir warnen. Der Winstwesen Ring. Nächste Mal. Ja, halt die Fresse. So, okay. Wir haben den Winstwesen Ring bekommen. Den haben sie uns ja schon zu Anfang des Spiels angeboten. Ich zeig euch noch mal kurz, was er bringt. Das ist dann einfach nur, damit ihr ein kleines bisschen mehr Lebenspunkte habt. Und diese Lebenspunkte erhöhen sich nur dann, und circa, ich glaub 5-10% waren das. Und ich denke, wir haben um einiges nützlichere Sachen in unserem Repertoire. Dummes, französisches Wort. Und von denen entsprechend werden wir lieber darauf zugreifen. Anstattdessen diesen dummen anderen Krams benutzen, den uns hier Leute anbringen wollen. Das ist ja wie bei Shopping. Kennt ihr Shopping? Shopping ist manchmal echt unwitzig. Da lag irgendwas da rum. Ich frag mich, was das war. Bestimmt ist es wichtig und ich ignoriere es einfach. Gut. Gleich haben wir uns alles angeguckt. Wir können noch mal kurz hier reingucken gehen. Hier ist aber nur der Dämon, den wir noch nicht töten können, weil es viel zu stark ist. Und ehrlich gesagt will ich mich jetzt nicht mit dem anlegen. Was wir machen ist, wir legen jetzt eine Abkürzung frei. Und dann machen wir uns zum Menschen. Gut. Hallo lieber erster Freund, du hast einen Speer. Das ist aber nicht nett. Du hast einen Speer. Na? Hast du einen Speer? Na? Findest du das toll? Ich hab auch einen Speer. Ich find das so kacke. Okay, jetzt bist du tot. Nein, das wollte ich niemals. Jetzt ist er tot. Das ist echt traurig, glaub ich, dass er tot ist. Hallo lieber zweiter Freund, kannst du mich auch sperren? Okay. Ich hab dir einen Schaden gemacht. Aua. Nein. Ich will doch nur die Tür aufmachen. Ich will doch nur die Tür aufmachen. Ich will doch nur die Tür aufmachen. Ihr seid gerade Zeuge davon geworden, wie ich gerade für weitere 25.000 Seen verloren habe. Insklusive einer Menschlichkeit. Das kann jetzt wusten, ja. Aber nein, lass ich mich nicht. Weil, äh, ne. Das passiert halt nun mal. Und ich hab meine Heldenseele auch noch. Und dementsprechend könnte alles viel, viel schlimmer sein. Hoffe ich. Zumindest. Na gut. Ich werde mich jetzt nochmal versuchen, hier irgendwie durchzuhangeln. Und denke mir jetzt einfach nichts weiter dabei. Ich werde jetzt einfach nur versuchen, irgendwie mein Ziel zu erreichen. Und entscheide mich dafür, einfach mal hier lang zu gehen. Mich nicht von allen Leuten töten zu lassen. Nein. Ich geh einfach den ruhigen Gang hier mal lang. Und hab mich dazu entschieden, einfach den ruhigen Weg zu nehmen. Weil, irgendwie hat das hier alles nicht mehr Sinn gemacht. Und ich lass mich nicht mehr von allen töten. Und ach, das ist eigentlich alles ganz nett hier. Hallo, komische andere Bogenschütze, der auch auf mich voll wie ein Bekloppter. Ich werde einfach mal an dir vorbei rennen. Ja, dein Bogen würde dir nichts bringen. Ich renne einfach an dir vorbei. Ich will einfach nur die Tür aufmachen. Dann dürft ihr mich wieder umbringen. Ich will nur die Tür aufmachen gehen. So, tschüss. Ich mach die Tür auf. Aber wie gesagt, ich hab jetzt 25.000 See verloren. Das macht fast zwei Level. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ach, das gehört zum Spiel dazu. Das wird mit allen kalkuliert von den Herstellern irgendwo. Muss man sich das ja mal sagen. Also, es ist nicht so, als würde davon jetzt die Welt untergehen. Vielleicht nur ein bisschen. Vielleicht geht davon ein bisschen die Welt unter. Aber niemals ganz. Niemals ganz. Na? Du wirst mir auch nicht die Welt zerstören. Asi. So. Naja, jetzt töten wir ihn. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Und ja, ich glaube ich werde jetzt wieder getötet. Weil das ist immer so bei dem Spiel so irgendwie. Dass ich immer getötet werde. Und niemals die Chance kriege mich zu beweisen. Okay. Vielleicht dieses Mal ja. So, ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren. Alter, wieso nimmt er denn überhaupt gar keinen Schaden mehr? Nein! So. Stirb doch einfach mal. Ich sag nur, parieren ist das Einzige, was wir effektiv gegen diese Spinne einsetzen können. Alles andere könnt ihr vergessen. Weil, das ist ihnen irgendwie alles scheißegal. Ja, ihr seid ihr habt ne gute Waffe dabei. Aber ich hab keine gute Waffe. Ja. So. Hallo mein Freund. Okay. Komm, spiel doch mal. Mach doch nochmal was. Bitte. Ich muss parieren. Ich muss parieren üben. Ach, weißt du was? Bevor ich das jetzt hier mache. Mach ja so die Tür hier auf, so. So, Tür ist auf. Uh! Hallo! Oh Gott! Okay. Ich mach Ninja-Modus und verpisst mich, ey. So. Tschüss! Okay, ich mach jetzt erst mal die Tür zu. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, er ist mit reingekommen. Du bist aber böse. Jetzt kann ich meinen Leuchttöcher gleich benutzen. Nein. Okay. Okay. Du hasst mich sehr. Das ist aber nett, dass du mich so sehr hasst. Das ist ja fast schon ein Liebensbeweis. Hast die Welt, denkst du also. Okay, das ist nett. Nett ist das. Ich hasste dich aber auch. Oh, schön, dass du einfach nur zuckst und denkst, ja, der macht das schon irgendwie. Das ist aber schön, dass der so denkt. Na, wenn es das immer noch schön ist, stirb. So. So, alles klar. So. Jetzt geht's Richtung Boss. Jetzt gehen wir nicht wirklich Richtung Boss und holen uns jetzt noch mal ein bisschen Menschlichkeit dazu. Und dann machen wir das schon irgendwie. So, ein bisschen Menschlichkeit holen. Zweimal Menschlichkeit am besten, wenn wir schon dabei sind. So. Einmal für menschlich machen und einmal für 10 S-Fluss-Vakons. Das ist ja auch nicht gerade unwichtig. Und so leer denkt sich, ja, der macht jetzt eigentlich einen komischen Kram am Feuer, aber das interessiert mich auch nicht wirklich. Das macht das schon ganz gut. Da, da würdet ihr recht haben. Ja. Jetzt geht's ab in eine große Halle. Ähm. Wollte er jetzt, ich habe ihn schon vor die Boss-Tür gesetzt. Ja, gut. Dann holen wir uns mal jemanden, den Kerl direkt vor der Boss-Tür. Huh. Und rennen wir jetzt mal hin. So schnell wie möglich, ohne dass irgendwie ein anderes Phantom hier reinkommt, um uns zu töten. Das wäre nicht so cool. Naja, gut. Erstmal diesen Kerl hier irgendwie umgetötet kriegen. Aber das machen wir wieder auf die ganz klassische Art und rennen einfach mal wieder rum. So. Spießen dich einmal auf. Denken uns, fick dich. Und kloppen mich nochmal von hinten. So. So, du bist tot. Heil uns einmal. Huh. Und wir sollten uns, für den Kampf, der jetzt kommt, sollten wir uns lieber wieder unsere komische Siedlerrüstung zulegen, sag ich mal. Dann mache ich einfach mal. Einfach aus dem Grund, wir müssen jetzt ein bisschen schneller sein, für das, was jetzt kommt. Das ist jetzt echt wichtig, weil der Gegner wird sonst verdammt schwer. Die Truhen kann ich auch noch später öffnen gehen, das mache ich auch noch, keine Sorge. Aber dazu ist jetzt gerade keine Zeit. Wenn man menschlich ist, ist man so was von leicht verletzlich für jegliche Angriffe von anderen Gegnern. Entsprechend lassen wir das mal lieber sein. So, einer von den Spinnern kommt jetzt anscheinend noch und will uns töten. Okay, machen wir mal. Okay, er macht aber immer den Klopper. Das ist nicht nett. So, lass uns einfach auch nicht mitkloppern von ihm. Okay. Alter. Der wird es aber echt wissen, ne? Ich nehme einfach mal einen Speer raus, dann mal gucken wir schon einen anderen Speer da. Aber der macht auch nicht mehr Schaden. Oh Gott, der Kerl, der macht mich hier noch fertig. Okay, okay. Ich muss jetzt ganz ruhig konzentriert bleiben. Ich kann hier jetzt schon meine ganzen Sachen verlieren. Ich war so ein Typen, der meint, mich hier töten zu müssen. Okay, aber ich muss mich jetzt wohl wieder mit anlegen. Okay. Ach Gott, der Kerl, der macht mich hier fertig. So. Einfach immer ein bisschen so zurückschlagen. Das hilft anscheinend. Dann, da trifft er mich irgendwie nicht. Und das ist ganz gut so. So, einmal heilen. Puh. Ich darf noch nicht zu viele Heiltäcke hier verlieren. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu lange verweile, weil die anderen Sucht, die schon nur darauf warten, einen zu invasieren. Das ist nämlich einfach so bei diesem Spiel. Die lassen einen nie große Chance. Nee, nee, nee. Die wollen dann immer töten. Du fühlst, wie der schwarze Augeapfel vibriert. Ja, das weiß ich. Denn jetzt macht unser schwarze Augeapfel auch noch Stress, zusätzlich zu dem, was hier so... Oh, schon passiert. Ja, diese schwarzen... Diese riesigen Typen ignoriert einfach. Wir wollen einfach nur unseren Freunden zu leer hier einmal kurz rufen. So, einmal dich. Dann haben wir dich schon mal auf unserer Seite. Ja, hier kommt erst mal die ganze... Hier kommt erst mal die ganze Armada. Das dürft ihr auch nicht drüber wundern. Die sind normal. Also, das ist normal, dass die so angetanzt wurden. So, Ritter, Soler ist jetzt erst mal hier. Der hilft uns jetzt noch mal ein bisschen gegen diese andere komische Horde von Suchtis. Und da denke ich mir auch nur so, ja gut, dann macht er halt mal. Wenn Soler mithelfen möchte, dann darf er das ja auch. So ist das ja nicht. Und so, Soler, der kann ja auch ein bisschen helfen, ne? Ja, es hilft ja auch gut mit, den Typen hier mal zu vernichten und denkt sich, ich habe einen Speer. Dann schmeißt er mit Speeren um sich. Und ja,